Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends. Wir spielen heute die Zona, wie immer als Supporter und wir gehen direkt mal auf die Botlane und ich schütte mir erst mal ganz zum Anfang der Folge was anderes trinken, denn das ist wichtig, ansonsten könnte der Mensch austrocknen oder sogar sterben. Kann passieren, hallo, klingt auch realistisch. Ja, auf der Botlane haben wir den Twitch und mich, die Zona, Mitte ist der Victor, auf der Toplane ist die Fiora und im Jungle ist der Master Yi. Auf der gegnerischen Botlane ist der Braum und die Vayne, Six ist in der Mitte, Malfoy Top und die Radia im Jungle. So, damit wäre das auch noch geklärt, ich hasse Franzosen und, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie wir damit abschneiden werden. Es ist Twitches erstes Spiel, also erstmal Twitch für ihn. Und deswegen denke ich zumindest, dass wir hier unten, wenn die Vayne relativ gut ist, ein paar Probleme bekommen könnten. So, gut ausgedrückt, fertig. Los geht es mit dem Spiel, lasst uns beginnen. Erstmal Warn, das ist ganz wichtig, ganz ganz wichtig ist das. So, hier ist keiner drin, das Gegner fehlt, alle. Ah, da kommt die Vayne, da kommt die Vayne. Ach, dann fickt dich doch. Dann fickt dich doch. Na komm. Ah, sie ist ja schön offensiv immer spielen. Ihr kennt mich ja als Sona, bin ich immer offensiv. Ich hasse eine defensive Sona, weil Sona drückt einfach so viel Damage, die darf nicht defensiv sein. So, direkt mal heilen. Und dann geht der nächste Attack schon los. Hab ich die scheiß Sona schon gespielt. Okay, okay, okay. Ja, okay. Na ja, den da, den da, den da, den da, den da, komm schon. Komm schon. Und noch E. Nice. Nice. Sehr gut. So. Als nächstes brauchen wir das Auge. Das Auge. Siehste, erstes Time und trotzdem zwei Kills schon am Anfang. Perfekt engaged. Die haben nur gesehen, oh, Sona ist slow, die will ich haben, haben sie auch gekriegt. Warte, wer hat die gekriegt? Die Vayne sogar. Aber dafür sind beide dann gestorben und Twitch hat einfach zwei Kills gekriegt. Statt nur einen. So, Twitch ist nun mal an Level 4, die Vayne ist Level 2, das ist auch gut. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Twitch geht weg. Okay. Kann man so machen. Kauft jetzt erstmal fleißig ein. Beschleunigter Satz. Ich stelle zu. Ah, gut. Ach. Keine Sorge. Ich sterb schon nicht so leicht. Das Ganze mir ruhig würd loben. Schlecht. Schlecht. Du Bieser. Oh, 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 oh. Den hab ich leider nicht gesehen. Er sollte lieber etwas sagen, weil wir haben es beide nicht gesehen. Oh, 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 oh. Nice. Okay. Okay, dann halt nicht. Wo war Iredia? Die war... Jungle. Okay. Dann kann ich hier keinen ausnutzen. Schade, schade. Ähm. Ich brauch auf jeden Fall... Erstmal das. Und dann das Zelt. Ihr kennt das Zelt ihr alle. Da ist das Zelt. Zack. Schön weiter spielen. Und eben als Sortieren da unten. Und dann geht es weiter. Wie sieht's aus? Ähm. Wane 1, 2, 3. Okay. Beraum 2, 2, 2. Das ist auch gut. Ähm. Twitch 3, 1, 1. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. 5, 4. Ist in Ordnung. Kann man durchaus was draus machen. Die Fanfare wird lauter. Na, gut. Gut im Lauf geschossen. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen aggressiver gehen. Und die Wellen ein bisschen ausgrenzen. Das ist gut. Das ist gut. Die darf bloß nicht farmen. Die darf bloß nicht farmen. Und wir heilen uns einfach immer weiter hoch. Schlecht. Na, schade. Ich darf vielleicht treffen die damit. Wir schließen die richtig von vorn aus. Das kann ja nicht schaden. Die hat 29, unsere hat 44. Das sieht gut aus. Und hier haut sich eine Heal-Push nach der anderen rein. Das ist doch mal gar nicht so schlecht. Ah, ne. Schade. Schade, schade. Und Ulti hab ich dann auch noch. Sehr gut. Die kann weiterhin nicht farmen. Hat immer noch 35 gegen 52. Das ist gut. Das kostet 100 und das kostet 55. Alles klar. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, wie viel. Sehr gut. Nein, ich hab keinen Mann. Ich hab keinen Mann. Nein, nein, nein. Scheiße. Komm schon. Komm schon. A little bit greedy. Schade. Schade. Hätte ich da mal gehabt, werden sie beide gestorben. Das wäre sicher gewesen. Ah, nee. Ich hab keinen Mann. Hast du dich? Ah, ne. Das farm. Das war mir. Ich hab keinen Mann. hier. Der müsste weg sein, ne? Ne, der ist doch da. Alles klar. Alles klärchen. Das muss ich kaufen. Das hier muss da reingewandelt werden. Das muss ich weiter kaufen. Alles klar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Und trinken. Also ich muss sagen, der Twitch ist mal gar nicht mal so schlecht. Da hat er sich vielleicht ein falsches Bild jetzt gekauft, weil er nicht auf Attack-Damage geht, aber ansonsten ist er ganz gut. Ansonsten ist er eigentlich ganz gut. Was ist da los? Was ist da los? Shit, ich werde auch sterben. Ja, okay. Ne. Da kann er nichts mehr machen. Außer der wird jetzt unsichtbar und fickt die jetzt alle weg. Na. Ne. Er wird so unsichtbar, aber fickt nicht alle weg. Ja. Nein. Schafft er nicht. No. Das kann gut werden. Das kann gut werden. Ah, ich muss da hin. Sehr gut. Sehr gut. Nein, schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Gut, gut. Ach. Ähm, so. Watttower ist hart gefistet worden. Nun müssen wir hier gucken. Ist hier gewartet? Ne, ist es nicht. Okay. Sollten wir Drake machen? Ähm. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sehr gut. Das ist Bronze Gameplay. Bronze. Fünf, Junge. Okay. Na, nicht getroffen. Scheiße. Shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Oh, warte. Ich muss mal eben ganz schnell warden. Ansonsten werden wir gleich hart gefistet. Was sollst du machen? Was sollst du machen? So, zack. Okay. Ah, fuck. Okay. Da musst du auch weg. Okay. Okay. Boah, Junge. Junge, Junge, Junge. Ah, okay. Ne. Dann doch nicht. Ich dachte, die wären noch Half-Life oder so. Ansonsten hätte die sich, die sich TP'n können. Ähm, Zelt, Mobility, T-Bootz. Ähm, das macht Infantile... Ah, okay. Alles klar. Weil sich er jetzt besch... Wie sieht's aus? 12 zu 10. Ähm, hier oben wird jetzt ein Gang kommen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, jetzt kommt der Hartkampf. Hartkampf des... des harten Kampfes. Und da ist ein Magic Ward, den werden wir mal eben hart penetrieren. Hm, also. Was ich hier noch eben machen muss, ähm, den Ward hier clearen. Das geht ja mal gar nicht. So, Vayne hat 5, 3, 4. Ähm, das ist nicht so gut. Twitch hat 4, 3, 2. Aus meinen Gedanken an die Dunkel. Ah, die Frage. Ich war unsichtbar. Ah, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Ich wusste es. Six kam da. Na, da oben geht's weiter, da oben geht's weiter. Er wird auch sterben. Okay, das war ein Hartkampf. Nicht so gut. Okay. Ähm, Mobility Boots. Wo sind sie? Da sind sie. Sehr gut. Ähm, Adler. Wo ist der Adler? Adler. Und weiter geht's. WT geht's. Kommt schon. Schneller. Schneller, 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 schneller. Shit. Das war nicht so geil. Und hier unten müsste eigentlich eine deathen. Das heißt, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ach, komm schon. Komm schon her. Oh, da rennen sie auf einmal weg. Was ist da los, ne? Was ist da los? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Naja. Immer schon ein bisschen Damage drücken. Das ist immer gut. Oh, 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 oh. Und weg. Weg rein. Oh, der macht die. Ah, der macht die doch. Der macht die doch. Okay. Ähm, komm schon mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Nee, du sollst mitkommen. Okay. Okay. Dann. Good luck. Ähm, da oben ist noch einer. Oh, nein, da oben ist er. Da oben ist er. Der wird da runterkommen und der wird den fisten. Ja, oder auch nicht. Okay. Das hier kann weg. Ähm, Artlach. Das da. Sehr gut. Twitch. Wo bist du? Sei nicht Afka, bitte. Sei nicht Afka. Sei, bitte, 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 bitte. Ich hatte es doof. So. Sei nicht Afka. Jawohl, er ist nicht Afka. Gut. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, 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 oh. Oh, gut. Nenenenenenenene Nenenenen Geil Ähm, da oben geht's weiter ab Fiora, die Fiora, die da läuft weg ah sie wird sterben okay ich wusste es ich wusste es okay